Nichts machen. Was ist denn die Karte? Guck mal links, beim Balou ist auch rot. Hast du gesehen? Aufgepasst? Ja. Aufgepasst? Ja. Du findest das auch gesehen, ne? Ja. Genau. Ja. 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 Mama, ich weine. Komm bitte her. Ich werde schon ausgelacht, weil ich weine von irgendwelchen Leuten. Ich habe niemanden mehr. Ich habe dich doch, aber du wirst bald nicht mal lange leben, hast du gesagt? Weil die scheiß Nachbarin aus der Hausnummer 24 dich ins Grab bringt. Die scheiß Nachbarin aus Hausnummer 24 bringt dich noch ins Grab, hast du gesagt? Hast du gesagt, die bringt dich ins Grab, die scheiß Nachbarin aus Hausnummer 24? War ein Spruch, ich weiß, nichts dafür geben. Baller, baller, ne? Hast du gemacht, richtig? Hast du einen Baller, gespielt oder was? Ich habe niemanden mehr. Aber wenn der wieder anfängt, klasse. Der kriegt Ärger mit mir. Ich krieg mein Bild nicht mehr scharf, ich mach das Handy gleich weg. Ich will das traurig, das Handy ist scheiße. Ich will das Handy nicht behaben. Aber René Siewerling ist wieder da. Komm, kannst du bitte einladen, kannst du bitte kommen lassen, bitte. Ich denke, dass du dich gemeldet hast. Ja, ich habe meine Telefonnummer. Welche Telefonnummer? Ich habe die ganz lange neuer, ich habe es nicht. Bitte lass dich kommen, bitte. Bitte Mama, bitte. Warte mal. Die Psychologin von einer E-Weltklinik bei Müller kann nicht überweisen, Schein macht mit dem Roboter im Krankenhaus. Die kann das doch machen. Frag sie bitte morgen mit dem Roboter im Krankenhaus, diesem CDG, wie das heißt. Frag sie, aber alles bei mir untersuchen lass, bei CDG, bei Kopf, bei Körper, alles bitte, ja? Mein ganzer Kopf untersuchen lass, bei ganzer Körper, bei CDG, okay? Sagst du das bitte morgen am Telefon? Mein ganzer Körper untersuchen lass, CDG, alles, mein Kopf, mein Körper, alles rund dran bei mir. Mein Körper, kann man im Kopf alles untersuchen lass, bei mir CDG, sagst du hier bitte morgen am Telefon, bitte. Danke. Den Gesang, was ihr hört, das ist Zikadgesang. Zikaden nennt sich das. Und das ist jetzt noch der Rest, schwarze Brot. Und das ist noch der Rest. Brot. Und das ist noch der Rest. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Guckst du bitte nach, wer das ist? Nein, sie stehen hier vorne. Nein, da vorne, wo das Licht ist, steht. Die hat 22. Ja. Guckst du nach, wer das ist, Mama? Sie verschwungen. Die kenne ich nicht. Habe ich schon drauf, mehrmals. Aber danke, kein Bedarf mehr. Du passt bitte auf den Monduntergang auf, okay? Gibst du Bescheid, okay? Ja, wohl, ich bin ein bisschen von der Unternehmung. Da hätten sie doch eh Wolken beendet, sehe ich gerade über dem Horizont. Aber der geht trotzdem unter. Gestern hast du auch mit dagegen gesehen. Rot, ne? Gestern war ein roter Untergang, rot, richtig? Also roten Saharamoduntergang, richtig? Also roter, also rötlicher Sahara-Sahara-Saharamoduntergang, richtig? Ja. Gestern war ein descubrier, geringes Wochenende, für eine einfache Gesteabend schlug zu sehen. Gesteabend war ein ... Sahara-Sahar-Sahar- administrativer Interヌード. Das war ein rötlicher Sahara-Sahar-Sahar-Sahar-Schwarzer Monduntergang, Untergang von einem rötlichen Sahara-Satzstaub schwarzer Mond zu säen. Bei einem rötlichen Sahara-Satzstaub schwarzer Monduntergang einen Untergang zu säen. Richtig? Sind es mehrere Zikaden. Hört ihr das? Das sind zwei oder drei stückige höhere. Cool. Das sind zwei oder drei stückige höhere. Das ist zwei oder drei stückige thezent. Vielen Dank. und dann dessa ganze Zeit auf 사용iert. man da unten stehen heute kummer stell bitte genau da warte mal da unten vor das licht brennt bei einem buchstaub wer ist das kenne ich auch nicht stalker stalker gettes lied emotion herz ist bogen 99 mt nicht gesehen was auch gesehen wetter leuchten witter gewitter dort noch ein stalker 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 spot spot der warte mal schwarze klamotten muss überlegen weshalb der hänker geht der hänker der scharfrichter geht der scharfrichter und der guillotine von den hinrichtungs wie das heißt geht der scharfrichter outen hänker wie heißt doch mal was ist doch schwarz schatten gestalt oder was heißt schatten gescheit ne wieso das macht doch spaß die leute zu beleidigen oder jetzt werde ich bei das hätte beleidigten weil das hätte wieder scheiß aufnahmen macht das hätte werde ich jetzt auch beleidigt bestimmt bis um geht nicht mehr hätte ja keinen sinn mehr wo ist der hänker wo ist der schwarze hengst wo ist der schwarze bigfoot das schwarze yeti auf deutsch gesagt wo ist der schwarze gorilla da unten mensches kerl die bettchen haben verstanden wäre echt so alles opfer hier alles opfer am opfer netzig garten guck mal der händel ist noch mehr rot guck mal siehst du das ich habe jetzt eine ausgabe gemacht sonst hätte ich das gar nicht gemacht weil es dir scheiße geht heute ich bin wieder süßig fertig gemacht worden wieder mal für zwei typen namen sage ich nicht mal stehe auf bitte stehe auf was denn da geht einer her ja nein ich habe den einen typen fertig gemacht gab weil er mich so voll gespammt hat was das ist ja wenn ich bei mir was will ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020